Ja, grüß dich. Hinten, wie überraschend. Gestern bei Amazon. Stellt, vorgestern gekommen, schau, ein Schutzengel für dich. Du brauchst auch einen. Ja, da schau, den brauchst du, gell. Das ist der Lose, ein Schutzengel. Jetzt mach ich auf, wenn du mal Geburtstag hast. Geh mit zu dir. Da singt er auch noch. Und dann Lüge spielen. Ja, den doppelt hält besser, von Herzen. Darum sind es zwei Engel. Oder auch zwei, die allerbesten Wünsche. Wenn du Geburtstag hast. Das ist gerade eine Probeversuche. Dann spielt im Hintergrund, dann drehe ich einen Berg beim Nächsten. Mach mir wieder zu. Da ist ein Herr. Das ist der Lose. Der Lose, das ist mein Kino. Ja, und da ist die Alexa. Alexa, leiser. Alexa, leiser. Ja, schau, die fällt sofort. Die Frau fällt nicht so, gell. Das ist auch Lose. Jetzt macht man da noch mehr auf. Ja, ein Schutzengel für dich, wenn du Geburtstag hast. Jetzt schickst du mir gleich den da. Oh, den da. Ja. Oder. Nein. Ja. Alles Gute, gell. Wann hast du ihn? Schickst du mir's? Ich trage dich gleich in. Sendien. Ja, danke schön. Das macht mir zu. Jetzt sag ich euch, wo ich da daheim bin. Sehst du das? Oh, das ist ein schlechter Ausdruck, wo ich da hinten rauskomme. Mein Fespa, PX 105, mein Hund hat einen Job und die Fahnenwinke. Das ist ein super Foto, gell? Servus. Ein Schutzengel für dich. Servus. Servus.